hallo und herzlich willkommen zum ersten video auf meinem kanal das ist mehr so ein test video ja muss man sagen mal sehen wie so alles funktioniert es dürfte eigentlich die qualität audio qualität alles dürfte scheiße sein aber mehr habe ich von meinem hässlichen aldi pc auch nichts zu erwarten ganz ehrlich aber ich kann das jetzt einmal ausprobieren das ist ein bisschen ungewohnt weil ich nicht auf vollbild spielen kann na igel geht noch ein bisschen ja auf dem goma d.net server heute in runde badwars einfach mal meiner lieblings map cube world mein aim bei diesem minifeld da muss ich mir vielleicht mal helfen lassen ich krieg's einfach nicht gebacken um es gescheit hinzubekommen naja oder wenn ihr vielleicht wisst dass mein problem ist ich nehme mit obs auf wenn jemand von euch was weiß ich denke mal egal wie die runde ausgehen wird werde ich sie nehmen einfach nur weil ich keinen bock habe das noch mal zu labern ja das läuft schon mal alter ich kann so kaum spielen oder ist der tod ich bin gelb ne ich bin gelb ne hab ich gesagt null de flash ist hard untaken genauso wie der freche boi hier jetzt vielleicht gesehen paar spieler sind unsichtbar es liegt daran dass ich 1-8-0 spiele wie lady mod ich denke da werde ich mich erst daran gewöhnen müssen so zu spielen mein aim geht ja überhaupt nicht mehr klar aber was soll's da leben noch welche mal sehen ist schön dass die da auf dem die engen dinge da gehen auf der eiseninsel fliegt der auch mal lol hat der nur knockback jetzt mal ernst werde ich jetzt paranoid naja werden wir sehen mal ein hacker wäre jetzt auch nicht so geil das kann einfach sein dass ich ihn da komisch getroffen habe mal gucken das ist nicht so blöd denn kommen mir entgegen ja der ist down würde ich sagen ja jan ist hart am taken das war das offenbar jetzt mal passwort ist die die meine telefonnummer wissen dürfen eh in den channel reinkommen die sie nicht wissen kommen auch nicht rein hat niemand gesehen ich habe in der runde so ziemlich nichts erreicht außer an kill und der war bad ein bisschen aber so bad war er nicht ja so was kann ich noch erzählen über mich ähm ja ich heiße tim bin 14 jahre alt hat nen scheiß pc ja gehe aus gymnasium in die neunte klasse im moment und jan ist zu blöd in den channel zu kommen das ist übrigens sein bester freund kann man schon so sagen ähm ich habe glück mein team ist eigentlich einigermaßen gut das hat mir schon längst verkackt hier oh gott der pfeil war knapp oh gott er lebt noch komm ja aber noch ein kill würde ich sagen oder ist ja gelieft ich darf so ein baum ach nee ich darf nicht sagen ich darf auch nicht sagen ich darf nicht sagen wir so ich darf nicht sagen wir so Das war jetzt... Ja, pfff. Junge, er ist so ein Martin. Er hat jetzt ernsthaft gedacht, wenn er das wirklich gedacht hat, ne? Das nehme ich ihm kaum ab. Wenn er das gedacht hat, ne? Ist ja schon ein bisschen arg peinlich. Wenn er jetzt Teilpunkt, Nummerpunkt eingegeben hat. Ah, da unten, der hockt da immer noch, oder was? Aha. Ganz schön frech. Wo sind die anderen Grünen? Oh, nein. Haha. Ich werde auf jeden Fall mal hinterm Bett. Wo? Lol? Ist einer gewesen? Nein. So viel zum Thema. Mein Team ist gut. Oh, fuck. Das war richtig schlecht. Nein. Nein. Lol. Wie konnte mir da so viel Knockback geben? Tschüss. Aber egal. Ich würde sagen, das war's erst mal von der ersten Aufnahme. Und haut rein. Genießt das Field of View von meinen Speedboots. Und bis zum nächsten Mal.